Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der GTA San Andreas. Guckt mal, wen ich gefunden hab. Ups, ich hab noch Schluck auf, also nicht wundern. Ich frag mich gerade, ob wir auch die jetzt... Oh, haben wir da geguckt in der letzten Folge hier? Ich glaube nicht. Naja, sprechen sie mal an. Natürlich! Oh, great, I'll call you later. Alles klar. Later! Katie ist jetzt seine Freundin. Ich hätte das Textfeld noch... ...kürzer, äh... ...ein... ...gepoppt lassen tun. So. Super, jetzt haben wir auch Katie als Freundin. Und ich hab mir in der Zeit einen... Scheiße. Oh, mein Gott, der Wind. Don't send you all the space. Let's find another risk. Ähm, ich habe mir in der Zeit eine AK-47 gekauft. Boah. Gekauft, die es im Shop gibt. Endlich jetzt zu kaufen. Und dafür hab ich einfach mal 10.000 ausgegeben. Ist schon belastend, dass es teuer ist. ...was. Aber jetzt hab ich mich ja irgendwie festgefahren, oder? Aber nee, nee, komm, komm. Komm, komm, komm. Gut, dann, äh, ich muss hier nochmal kurz speichern. Äh, aus Gründen. Zack. T-Bone Mendes. Gut, was, die Frage ist jetzt, was machen wir als nächstes? Äh, wir haben jetzt noch Wusi und nochmal T-Bone, uah, T-Bone Mendes. Äh, irgendwie gerade auf beides nicht so Bock, ehrlich gesagt. Ähm, hm, 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 hm. Gehen wir mal zu Wusi, dem alten Stricher. Und, äh, gucken wir mal, was er da für uns hat. Und wir hoffen in der Zeit, fällt auch mein Schluck auf, auf. Aber das ist für die Aufnahme nicht besonderlich, leider nicht. Cooles Lied. So. Da sind wir uns schon. Boah, Mann. Ach so, warte mal. Oh, jetzt geht die Maus schon wieder nicht. Wir gehen dann mal, wir gehen nochmal zu unserer Freundin, die ist von zwölf... Ja, die ist von zwölf bis null Uhr da. Und dann gehen wir nachher nochmal zu unserem Girlfriend. Ranfali. Hey, Boosie, mein Mann. Was geht's? Hey, CJ. Let me introduce you to Shook Fu. Ranfali. He heads the Red Gekko Tong on the West Coast. How you doing? Ja. Ja. Al Aakong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad, a mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Okay. Hol das Auto aus der Flugha... Ich finde, ich gehe rasch ab. Ich finde die Mission war auch besonders toll. Oh, wir haben wieder Motorrad-Skills bekommen. Ich freue mich. Look off, wir bringen sie immer noch nicht weg. Gut, wir sind jetzt quasi... Achtung. Ein Ablenkungsmanöver. Für den Dick-Mops. Für... Ich weiß gar nicht, wie ist der jetzt nochmal? Ranfahr-Lie? Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Oh. Nein, mein Motorrad. Mein geliebtes Motorrad. Wow. Mh, komme ich jetzt nicht her. Alter. Oh, hier war auch noch ein Fotopunkt. Alter, was ist denn hier los? Aber er hat ein schwarzes Motorrad. Das ist auch cool. Boah. Schluck auf. Geh jetzt weg, bitte. Ah, nicht kacke. Wir müssen ja da runter. Scheiße, wie kommt man denn nochmal da runter? Ah. Pff. Lol. Okay. Hol dir das Auto. Ich liebe diese Leute. Wenn du mir auch möchtest, dann werde ich dich wissen. Big Crystal-Ship-Mans. So. Ich müsste hier stehen. Wow. Da-da-da-da-da. Ba-da-da-da. Wow. Das ist eine tolle Karre. Das ist ein Hinterhalt. Die Danagen-Boys bewachen. Die... Kaka. Weiß ich nicht. Au. Ich weiß... Ich gesagt nicht. Wo sollen wir denn jetzt damit hin? Wo geht's denn jetzt hier raus? Oh. Oh shit. Oh shit. Das ist eine schadens... Eine panzersichere Weste. Doch, ich komm bald. Nehm ich euch... Au. Umniete. Wo muss ich denn jetzt hin? Ups. Ach, hier hoch. Äh... Esplan... Esplanade North. Äh... Wo war ich denn damit am besten? Die nächste rechts. Also jetzt nicht die rechts, sondern... Oh shit. Die rechts. Oh fucky. Sucky, sucky, fucky, fucky. Das ist ja wieder so eine Mission, die ich echt liebe. Und ich hab keine... Keine Uzi. Das ist ja wieder super. Ja, das schaffen wir nicht. Ich brauch ein Uzi, damit ich mich wehren kann. Die... Die ballern mir mein Auto. Geht schneller kaputt als... Genau. Ja, wieso fallen die denn nie vom Dings, vom Bike? Immer nur ich, oder was? Oh, das Auto ist auch so scheiße lahm, ey. Da kommt wirklich kein Auto. Schade mir. Oh, da sitzt ja gar nicht Carl Johnson drin, äh... Denn der andere da drin. Ne, das schaffen wir nicht. Scheiße. Komm schon, da vorne ist es. Komm, man, Jana. Oh, da ist noch ein Auto. Oh shit, man. Okay, das war's. Das war's, das war's, das war's. Kurz vor dem Ziel. Komm, guck, wir schaffen es, wir schaffen es hier. Nein! Oh, fuck doch dieses Spiel! Oh, ja, aber... Oh, lol. Stimmt. Die holen... Ja, stimmt. Was? Wir spawnen ja hier bei ihr. Weil sie Krankenschwester ist. Okay, ähm... Boah, ey, warum? Nein, ich brauche unbedingt eine Uzi. Ich muss hier irgendwo... Warum gibt's ja eigentlich nur einen Waffenladen? Okay, Leute, das gibt einen Cut, ähm... Ich besorge mir jetzt erst nochmal schnelle Waffe und dann sehen wir uns wieder, wenn ich... bei... Wuzi bin, ne? Also, bis gleich. So. Probieren wir's jetzt noch einmal. Oh, ein Hinterhalt. Au. Ich glaube, der Schaden... wird erst berechnet, wenn... ich aus dem Parkhaus raus bin, ne? Glaube ich. Weil er hat mich ja eben angeschossen und... es ist nichts passiert im Balken. Das finde ich sehr löwlich. Ah, da... Da, aus dem Weg. Jetzt wird er berechnet. Gut, ich hab ja jetzt auch noch eine OMP gekauft. Damit ich jetzt gewappnet bin, quasi. So, ihr Lappen. Ja, ja, dann komm mal ran, da. Woops. Ups, ich hab zwei Sterne. Scheiße. Die zwei Sterne wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Aber hätt ich mir jetzt eigentlich denken können. So, ich sag... Egal. Der Boy ist weg. Jetzt können wir in Ruhe... In Anführungszeichen in Ruhe. Äh. Da hätten... Ist der Basin... Äh, nach... Nordpunkt da... Bums fahren. Was hat er da geschossen? Hat das gerade einen Schuss? Weiß es gerade gar nicht. Uah. Wir haben auch einen Wort. Nein, geh weg. Okay, da vorne ist ein Auto. Aber das dürfte jetzt eigentlich auch nicht so das Problem sein. Weil wir sind ja... Uah! Wo kommen die denn jetzt her? So. Oh! 6000! Ah. Ring, ring. Oh, nein. Wir müssen da noch ein bisschen Shit-In checken. Ähm, ich muss gerade... Ah, hier ist doch auch noch ein Fotopunkt. Moment. Da drüben, ja. Pier 69. So. Vier nur? Was? Never. Hä? Wir haben doch nicht... Nicht erst vier Fotos gemacht. Hä? Stimmt doch gar nicht. Wir haben doch schon mehr als vier... Vier Schnappschüsse gemacht. Hm. Boah, was ein Shitwetter wieder. Ups, nein. Ich wollte... Nein, 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 nein. Nicht die... Nein, nicht für Play. Wollte auf die Karte... Boah. Auf die Karte gucken. Ähm. Stimmt zu Helene, da wollten wir auch noch mal... Äh, nee, wie hieß die noch mal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Äh, wir müssen schwächern. Huch. Screw me. Tonight. Gut. Oh mein Gott. Okay, wir haben 23 Schuss nur noch in der OMP. Ey, das ist doch... Ich finde das viel zu teuer. Die Waffine. Also die Muni quasi, die man sich kaufen kann. Die kostet 2000. 2000. Mit dem Gehalt, was man hier hat. Das ist... Das ist... Buche. Viel zu krass. Wow. Von 12 bis 0, Alter. Toll, die Tante ist sowieso wieder wirklich da. Oder von 0 bis 2? Oder von 12 bis 0? Von 12 bis 0 oder von 0 bis 12? Scheiße. Egal. Oh, Ring, Ring. Oh nein. Die ist so bescheuert. So. Pig. Gut. Dann, ähm... Ja, weiß ich nicht. Wie weit sind wir denn jetzt schon in der Folge? Ich habe... Ach da. Mein, äh... Wollte ich gerade sagen, mein Auto ist weg. Ähm... Jetzt würde ich sagen, gibt es wieder einen kleinen Cut und... Alles klar. Gibt es wieder einen kleinen Cut und... Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir bei unserer Freundin sind. Ich muss mal gucken, wie weit... Ähm... Ich weiß es jetzt nicht mehr so... 12 bis 0, meine ich, war es gewesen. 12 Uhr mittags bis 0 Uhr abends. Oh, sogar schönes Wetter. Das passt doch perfekt. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn unsere kleine Lady... Wenn wir bei unserer kleinen Lady sind, ja. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Äh... Vor ihrer... Vor ihrem Haus. Also sie hat doch ganz links gewohnt. Gucken wir mal. Ring, ring. Okay, sie möchte gerne was essen. Gucken wir mal. Rechts unten wird uns jetzt... Da komm. Hier unten wird uns was angezeigt, direkt. Ich glaube, das ist auch das Richtige. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein Diner? Achtung. Hier. Ja, das ist irgendwie so ein... So ein Trucker-Diner. So. Alter, was hat die denn für ein Gesicht? What? Alter. Ach, stimmt. Stimmt, wenn man die fotografiert. Wenn man die fotografieren wollte, dann haben die so gewunken. Geil. Alter, was war das denn für ein Gesicht? Wer? Ich bin eigentlich 43. Ich habe 3 auf der Brust und bin der Jens. Ja. Schön. Gut, haben wir die jetzt auch mal ausgeführt. Zack. Ist auf jeden Fall praktisch, wenn man hier unten direkt das Diner hat. See you again, Carl. Bye, girl. Weil jetzt wird sie dir nicht mehr widerstehen können. Oh, wir haben aber schon einen guten Fortschritt bei ihr. Schön. Oh, dass wir den ganzen Weg zurückfahren. Ich cheate mir gleich Geld. Damit wir uns hier eine Bude leisten können. What? Oh, 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 oh. Ich trete den Schicks. Da unten, da unten. Cool, klar. Fällt mir. Gut, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt... Wie lange die Folge jetzt ging. Mein Bike, mein Bike. Ich glaube... Doch, 20 Minuten sollten das gewesen sein. So. Bike auch wieder safe. In der Hood. Gut, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und, ähm... Wo speichern wir denn jetzt hier? Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also, bis morgen. Schönen Tag und bis dann. Tschüss.